Kommen da welche rein? Ja. Nein. Super. Die sind alle hier und drinnen. Ja. 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 Die T-28 hat eine faszinierte Geschichte. Zwischen 1993 in Washington DC. Meist als Trainer bei der US Navy. Ein gewohntes Bild, jahrelang sind diese, jahrzehntelang sind diese Alphajets in der deutschen Luftwaffe geflogen. Der Alphajet selbst ist eine Gemeinschaftsentwicklung der französischen Firmen Dassault und Breguet, sowie dem deutschen Hersteller Dornier. Inzwischen gehören vier einsatzfähige und demilitarisierte Alphajets zur Flotte der Flying Bolts. Flying Bolts haben vier von diesen ex-militärischen Alphajets in ihrer Flette. Und der Flugzeugtrip stand in zwölf Ländern den Luftstreitkräften zur Verfügung, wie gesagt unter anderem in Deutschland. Und die Piloten schwärmten von den Flugeigenschaften des Alphajets und lobten die hohe Zuverlässigkeit und die Präzision, mit welcher das Flugzeug auf Steuerbefehle reagierte. Und ich selbst kann das bestätigen. Ich habe immerhin einen Mitflug auf einem Alphajet mitgemacht. Und es war wirklich eine sehr angenehme Erfahrung. Und wir sagen, das Alphajet hat eigentlich 12 Airforces weltweit. Und er hat eigentlich den Freude fliegen mit diesen Flugzeugen. Er hat einen Reifen in seiner Luftwaffe-Karriere in der Goose Bay in Kanada. Und Anfang der 90er-Jahre wurden diese Jets also in Deutschland außer Dienst gestellt. Schon im Jahr 2000 haben die Flying Bolts die ersten beiden Flugzeugen die nächsten Flugzeugen gekauft. Und drei Jahre später kamen dann eben zwei weitere dazu. Die Alphajets der Flying Bolts wurden umgehend demilitarisiert und mit einem modernen Avion... ...ein maximales Abfluggewicht von 5500 Kilogramm und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 550 Knoten oder Mach 0,85 oder 1000 kmh. 11,1 Meter in Span und 12,5 Meter lang. Die Mama ist an der Kindersammelstelle und wartet auf ihn. Wird seit ca. 14 Uhr an der Beluga vermisst. Ich bitte jeden Polizisten ansprechen. Ja, ne? Wenn Sie ihn sehen, hat er der Hesi-Jahwald, eine der 50 groß, braune kurze Haare, kurze blaue Jeans und schwarzes T-Shirt. Wird seit 14 Uhr in der Nähe des Beluga vermisst und seine Mama ist an der Kindersammelstelle. Ansonsten sprechen Sie einfach von den Polizisten an. Wenn Sie ihn sehen, vielen Dank. Hast du da eine Mutti gefunden? Ich bin da aber die Kinder. Ja. Ich bin 50 Neukind aus. Ach so. Alter Sausen. Ich will mal gucken, ob er schön aussieht. Deswegen lacht er doch nicht. Was ist Gott? Ach so? Ich bin 50er. Wie ist die Kinder? Vielen Dank.